Ja, das ist jetzt mal eine kurze Information für die Playlist zu veröffentlichen Sachen. Also warum ich mir extra diese Playlist erstellt habe, damit ich genau sehen kann, welche Projekte ich noch veröffentlichen kann. Also quasi, was ich auf Reserve habe für euch. Ja, natürlich. In Reserve ist es wiederum gut. Was soll ich sagen? So. Das ist mal zur Seite gestellt hier. Gut. Aber wenn ich das Video, also eins davon veröffentliche, dann verschwindet das nur aus der zu veröffentlichen Sachen Playlist. Ist aber noch auf dem Kanal zu finden. Was natürlich klar ist, denn die Playlist habe ich extra erstellt, damit ich dadurch quasi einen Ordner habe, damit ich natürlich weiß und ihr natürlich denken könnt, was habe ich noch zu veröffentlichen? Welche Videos habe ich schon vorbereitet für den Kanal? Ja. Also das ist jetzt mal eine kurze Info gewesen. Falls sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo, um nichts mehr vom Kanal zu verpassen. Bis dahin alles Gute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.